Der Typie. Wir tracken die mal. Ah, hier wahrscheinlich. Ja. Ah, da ist so ein... Dings, yo. Alter, ich sag's euch. Ey, ich hab den Kampf hier eben schon einmal versucht. Fast 50 Minuten gekämpft. Was ein Dreck. Ich zeig euch gleich, warum. Junge, Junge. Ja. Och. Ähm, der Typ hier, Rasaan, der heilt sich bei jeder zweiten Attacke selber wieder. Und dann macht er so ein Dunkelheitsfeld, Dark Vale heißt das, in dem wir Disadvantage kriegen auf Attacken und so. Ähm, und wenn er darin eine Runde beendet, dann heilt er sich auch nochmal. Und ich hab den einfach nicht mehr down gekriegt. Aber einfach lächerlich. Pfff. Wir sind immer noch stealthy. Natürlich wieder falsche... Buffer gehabt. Immer noch stealthy, geil. Jetzt nicht mehr. Na klar. Ich werde den diesmal jetzt fokussen. Kann nicht gut, sie da hinzustellen am Anfang. Und wir ballern den jetzt voll mit... Äh... Inflict Wounds. Warum... Warum... Hä? Warum haben wir Disadvantage? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Natürlich ist er wieder dran mit seiner beschissenen... Ein Nullgewirrfeld, wie geht das denn? So, Wisdom 1-1. Machen wir nämlich folgendes. So, wir machen Arcane Fury an. Und ballern dich hiermit weg. Wie nach jedem Treffer kriegt er nochmal sieben... Sieben Schaden. Und wir haben ziemlich scheiße getroffen. Geil. Jetzt kommst du. Gehst da oben mit hin. Wir müssen auch eigentlich verteilt stehen, damit... Damit diese scheiß Wolke, wenn er die irgendwann castet... Nicht alle trifft. Och, Alter. Würfelt so krank. Jetzt trifft er nicht. Der zweite Angriff ist immer scheiße, weil er da... Zubeißt. Äh... Und sich dann dadurch heilt. Wenn er trifft. Wenn er nicht im Licht ist, dann heilt er sich auch anscheinend. Okay. Sehr gut. Mal so. Und dann... Necrotic touchen wir ihn, damit er sich nicht heilen kann. Jetzt ist er nämlich chillt. Ah, jetzt können wir nicht. Ne. Okay, dann dashen wir hier hin. Tanja wird jetzt, glaube ich, getötet. Eine beschissene Legendary Action. Cannot heal. Haha. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Geil. Tanja. Höid weg. Natürlich ist es halt weg. Müssen wir uns selber heilen. Und halt so. Plus 10, ja, ne, Dex-Saves brauchen wir eigentlich gar nicht mehr versuchen bei dem. Du noch, triffst nicht. Jawohl. So. Jawohl. Komm, ey, komm. Wie viel hat der noch? 38. Okay, bei 38 war er schon mal. Und irgendwann war er dann wieder bei 80 oder so. 80 Leben. Äh, ja komm, du greifst die mal an. Sehr gut. Äh, jo, nochmal. Ah, wir haben den noch. Kann sich immer noch nicht heilen. Sehr gut. Wir können ihn jetzt gleich angreifen. Wir müssen ihn jetzt in dieser Runde killen. Er ist nicht mehr gechillt. Jo, okay. Schau schon, alter. Ja, wieder mit seiner Legendary Action. Egal, wir counten ihn. Kein Bock, dass es diese Dark Veil, diese Dark Veil scheiße ist. Vielleicht war das was anderes, aber er hat eigentlich nur den Spell immer gemacht. Irgendwann war das, glaube ich, Dark Veil. Anlitt ist der Junge. Erstmal unser Schwert. Das war eigentlich wieder dumm. Ja, weil er eh ausweicht. So. Aha. Kannst du dich nicht heilen, Junge. So. Einfach nur fucking overkill jetzt machen. Aber wir zu nah dran sind. Ja, wir müssen riskieren. Nee. Passt schon. Er heilt sich ja nicht. Komm, ey, komm. Okay, acht. Acht Schaden werden wir jetzt wohl noch hinkriegen. Komm, Junge. Warum habe ich nicht gesmited? Aber er kann sich nicht heilen. Hätte ich mal gesmited. Warum kann die Waffe keinen Gelegenheitsangriff machen? Können wir daschen? Jo. Bitte töte ihn, Mann. Bitte. Dieser Kampf, ey. Ah, doch, da war Bärden. Okay. Waffe einmal hier. Komm. Natürlich trifft sie nicht. Mann, diese Scheiß. Alle keine Reichweite, die schwelzt. Komm. wenigstens die beiden sind Bane-struck. Easy. Ah. 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 Komm. Auf sie. Okay, die müsste... Ja, die müsste sterben. Ja, wir bleiben hier, wo es hell ist. Wir gehen mal Lay-on-Hands. Achso. Ja, wir müssen halt daneben stehen. So, Lay-on-Hands. Ja. Und einmal hier hin. Ach, wir haben den immer noch. Das ist super schwer. Oder auch Buggy wahrscheinlich zu sehen. Was, wer hat welche Buffs noch an und so. Bisschen doof. Yes. Sehr schön, Junge. Ja, die regenerated auch. Deswegen... werden wir dich auch mal necrotic touchen. Ich meine chill touchen. Sorry. Oder auch nicht. Weil wir dich natürlich missen. Ja, können wir einen Feuerball reinballern. Ja, sie ist tot. Geh es mal da lang. So. Wir bleiben hier drin. Weil es hier hell ist. In Dim Light. Es reicht schon aus für Disadvantage. Aber wir haben... Verdammt. Kein... 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 Äh... Vierten Slot mehr? Vierten Slot? Dritten Slot? Ich weiß es nicht. Es war aber guter Damage. Na so. Und readyen Melee Attack. Ja, sie greift natürlich wieder unentsturken an. Und trifft. Chill touchen die noch mal. Nice. Dann hier hinten hin. Weil... wir fast tot sind. Jawohl. Guter Schaden. Jawohl. Und der haut wieder ab. Beschissenen Disengageden Leute. Äh... Was? Oh, das ist wieder... Ja, ja. Touchspell. Yes. Können wir nicht erreichen. Wir gehen jetzt schon mal auf sie da. war richtig scheiße. Scheiße. Hm. So, ready Melee. Ja! Aber sie bleibt da nicht stehen, ne? Liegt wieder zurück. Ah ne, doch nicht. Geil, okay. Dann... Aber es ist nicht mehr gechillt. Das müssen wir ändern. Darf sich nicht heilen. Nein. Jawoll! Muss sie disengagen? Ich hab doch Melee-Attack gereddied. Wurde der da schon ausgelöst? Anscheinend, wa? Gehen wir mal hier hin. Wir tauchen das rein. Ach, wir müssen als Caster den Target sehen. Mal das sehen. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. um um who's here okay So, du, dass du greifst einfach auch, greifst mal sie an. So, ey, 2x1 hintereinander, ist klar und ich überwürfe eine 14. Ah, okay, ich dachte wir können... Yes, okay, jetzt ist sie branded. Meine Fresse, ey. Jetzt räumen wir auf. Paralysiert. Und ein Crit, na klar. So, greif ihn an. Warum auch immer. Disadvantage. Nö, ist nicht tot. Warum hat er auf einmal Advantage gehabt? Ach, weil er sich paralysiert war. Okay, den lassen wir erstmal liegen. Komm. Jawoll. 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 ș... like, nö, nö, nö. So, schon wieder disadvantage. Schon wieder getroffen. Inflict wounds Wenn es resistiert wird Resist Resistet wird Ich würfe ihn so gut Ach, wir hätten ihn noch retten können, naja egal Komm jetzt bitte Oh meine Fresse Alter Gott Damn It Loke Outlocked Verweil Letter Okay Glob geben wir Obviamente unserem Schuh In Verweint Verweil, old friend Never again shall you warm my skin and soothe my sadness Today I embrace the night Today I enter eternity I reject the gods and their power I become one with the darkness Ach, da ist sie ein Vampir geworden wahrscheinlich Ha, geil Was, ein Kampf Oh, warte mal Ach, wir müssen die nicht abgeben Okay, wir porten uns jetzt nach Kerkiflen So Long grass braucht man nicht, wenn wir uns porten So Herr Kiflen Bitte Danke Okay What in the fuck So Okay Puh, ey Das war Junge, Junge, Junge Äh, einmal Und Inn Bitte Wollte nicht mit dem reden Ah, na gut Hello Arwen Arwen We're friends now I'll keep calling you kid I think Whatever We've been to Koparan Ring a bell You bet Apparently You're indebted to someone there An elf ranger She calls herself Bitterroot Oh, really? Something to do with her mood, maybe She said you owe her a child She's crazy We just said we'd bring the message She's still waiting Yeah, thanks for the message Want to tell us what this is about? No, I don't You didn't take her child away from her You're out of line I'd step back It's a while It's none of our business She gave us this for you What? I I don't believe it It's a sword She went back for it Feel more like talking now? Get out Mhm Nice Eh, eh, eh Ich möchte bitte einmal pennen Obwohl, nee, möchte ich nicht Möchte ich nicht Möchte ich nicht Das machen wir nächstes Mal Wir sollten Na gut Okay Boah, Alter Boah, Revelations Kita-Ella ist nicht mehr Wir haben Drachen geholfen Beziehungsweise den auch aufgeweckt Irgendwelche Vampire gekillt Oh Mann, ey Junge, Junge, Junge Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen Ich hoffe es euch hat es gefallen Äh, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da Würde mich sehr freuen Ähm, ja Und wir sehen uns ähm Beim nächsten Mal Beim nächsten Mal geht's ab zu Council und Level Ups Ja? Macht's gut, bis zum nächsten Video Tschüss! を auf 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 euch auf